Wusstest du, dass RGB-Beleuchtung nicht nur mehr FPS bringt, sondern die Farben unsere Stimmung auch positiv beeinflussen können? Farben wirken dabei unterbewusst auf uns ein und können sogar glücklich machen. Ich habe mir daher einfach die ganze Bude mit RGB vollgeklatscht und bin seitdem dauerhappy. Ich habe dafür Go-V LED-Stripes genommen und die in solche Aluminium-Profile mit Milchglasabdeckung geschmissen. So sieht man die einzelnen LEDs nicht und es wirkt einfach noch futuristischer. Vielleicht habe ich es aber auch etwas übertrieben, aber ich meine, kann man überhaupt mit RGB übertreiben? Folgt mir für mehr Technik-Stuff.